Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem ganz kurzen Apex Legends Info-Video. Es geht um die Season 2 und zwar genauer gesagt um den Start. Auf was will ich hinaus? Ich habe gerade eben noch ein bisschen gestreamt und hatte einige Zuschauer. Unter anderem fragte da einer, streamst du heute noch Season 2? Da war ich ein bisschen verwirrt und ein zweiter hat gleich bestätigt, ja, ich dachte doch, Season 2 startet heute gleich nach Ende der Season 1. Dem ist nicht so, ihr seid völlig auf dem Holzweg. Ich hatte in ein paar anderen Infovideos schon gesagt, Season 2 startet am 2. Juli und nicht heute. Heute endet Season 1, wer das noch nicht wusste, was geschieht in den nächsten 14 Tagen, bevor Season 2 startet? Eigentlich nicht viel. Also ihr habt heute noch 8 Stunden ca. Zeit, diese Herausforderung mit dem legendären Jagd-Event abzuschließen. Wenn ihr das heute nicht mehr schafft, ist es vorbei, dann könnt ihr die Skins hier nicht mehr freischalten. Das einzige, was jetzt noch zwei Wochen lang bleibt, bevor Season 2 startet, ist der Elite-Modus. Zumindest wurde das so angekündigt. Das sollte sicherlich auch stimmen. Da hat man noch ein bisschen was zu tun. Und ich muss ganz ehrlich auch sagen, ich bin froh, dass Season 2 wirklich erst in zwei Wochen startet. Denn die meisten von euch werden sicherlich bemerkt haben, es gibt extreme Stabilitätsprobleme in diesem Spiel. Und es wäre doch mega ärgerlich, wenn Season 2 startet und viele zu Apex Legends zurückkehren. Ist ja meistens so, wenn der Season 1 ausgelutscht ist, dann verpissen sich viele, viele Spieler, um das jetzt mal ganz deutlich zu sagen. Und wenn sie wissen, es gibt was Neues, wie zum Beispiel Season 2, kommen viele Spieler zurück. Und jetzt stellt euch mal die Überlastung der Server vor. Und wir haben jetzt schon extreme Probleme. Deswegen habt Geduld. Am 2. Juli ist es soweit. Ich gehe davon aus, dass das wieder 19 Uhr sein wird. Das war es eigentlich schon von dem Infovideo. Ich wollte einfach nur die erreichen, die denken, dass heute Season 2 startet. Dem ist es wirklich nicht so. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Montag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Aber übrigens, morgen gibt es den nächsten Livestream zwischen 8 und 12 Uhr. Wer das nicht wusste. Jetzt noch einen schönen Montag. Äh, Dienstag natürlich. Bis dann. Ciao.